Die Mission Mads Wanted. Am besten startet ihr bei der Landing Zone Charlie 2. Von dort aus könnt ihr den Wasserturm auch schon sehen. Haltet einfach gerade auf ihn zu, euch müssten eigentlich keine Gegner in die Quere kommen. Dort angekommen habt ihr dann ein einzelnes Haus. Hier entscheidet ihr euch für die rechte Tür und dort im hinteren Regal steht dann doch auch schon das gesuchte Paket. Viel Spaß in Greyzone Warfare, euer Küni. Bis zum nächsten Mal.